Jetzt sind wir hier im Käfig und ich habe da vorne, zwei Meter entfernt, Sie sehen da, ein WLAN aktiviert. Sehen Sie, zeigt nicht sehr viel an. 8 µm. Jetzt kommen wir aus dem Käfig raus, sehen Sie dort das WLAN im Freien, schon ein massiver Unterschied, ausserhalb und innerhalb des Käfigs. Untertitelung des ZDF, 2020